Liebe Fluggäste, bitte legen Sie Ihre Worte an. Wir starten in wenigen Augenblicken. Wir starten in wenigen Augenblicken. Die Löhne sollten in wenigen Augenblicken veröffentlicht werden. Was? Wir starten in wenigen Augenblicken. Ja! Die Löhne sollten in wenigen Augenblicken veröffentlicht werden. Auf an die Arbeit! Es sollen schon wieder Arbeitsplätze gestrichen werden! Was? Wir streiken! Ja! Die Arbeitsplätze sind gesichert! Alle in die Arbeit! Wir streiken! Für kurz oder bei zweitens zuerlassen! Nein! Auf an den Streit! Die Rettelung getürzt! Mit Spaß an die Arbeit! Wir wollen freundlich zu den Kunden sein! Was? Wir streiken! Ja! Beifall hier auf! Die Rettelung getürzt! Die Rettelung getürzt! Ein Typ! Über die Arbeit mit Mahler binden! Ja! Es soll ein Alkoholverbot im Flugzeug geben! Was? Wir schleichen! Ja! Alle Bohnen bleiben legal, zurück an die Arbeit! Dankeschön! Dankeschön!